Wir sind da heute in Ramsau am Dachstein. Wir haben heute wieder die ganzen Langlauf-Bewerbe. Wir haben am Vormittag schon den 7,5 Kilometer-Bewerb gehabt. Den haben wir gut über die Bühne gebracht. Momentan sind wir gerade bei einem Kilometer-Rennen. Die Herzlichkeit, die die Läufer mitbringen, die Athleten mitbringen und die wirklich von den Coaches ist, die greift momentan sehr auf uns über. Bis zum nächsten Mal.